Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3392 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bezahlen ist heute ganz einfach. Bargeld ist nicht mehr notwendig. Bezahlen ist heute ganz einfach. Bargeld ist nicht mehr notwendig. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich liege den ganzen Tag im Sand und telefoniere mit meinen Freundinnen. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich liege den ganzen Tag im Sand und telefoniere mit meinen Freundinnen. Spürst du eine Veränderung deiner Kopfschmerzen, wenn ich hier drücke? Spürst du eine Veränderung deiner Kopfschmerzen, wenn ich hier drücke? Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. So funktioniert das mit dem Ei. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. Mit diesem Luftballon möchte ich meine Gefühle für dich ausdrücken. Mit diesem Luftballon möchte ich meine Gefühle für dich ausdrücken. Zur offiziellen Eröffnung des neuen Firmengebäudes habe ich das rote Band durchgeschnitten. Ich bin Schauspielerin in einem Märchenfilm. Gleich ruft mich der Regisseur. Ich bin Schauspielerin in einem Märchenfilm. Gleich ruft mich der Regisseur. Morgens trinke ich zuerst ein Glas Wasser. Das Frühstück gibt es später. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Zeltaufbau ist nicht immer einfach. Aber wir sind erfahrene Camper und kriegen das hin. Der Zeltaufbau ist nicht immer einfach. Aber wir sind erfahrene Camper und kriegen das hin. Der Zeltaufbau ist nicht immer einfach. Aber wir sind erfahrene Camper und kriegen das hin. Seit mein Mann in Rente ist, hat er die gesunde Ernährung für sich entdeckt. Wir kochen viel zusammen. Seit mein Mann in Rente ist, hat er die gesunde Ernährung für sich entdeckt. Wir kochen viel zusammen. Seit mein Mann in Rente ist, hat er die gesunde Ernährung für sich entdeckt. Wir kochen viel zusammen. Diese App ist ein Muss. Alle meine Freundinnen benutzen sie. Diese App ist ein Muss. Alle meine Freundinnen benutzen sie. Diese App ist ein Muss. Alle meine Freundinnen benutzen sie. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Draußen stehen noch zwei Gläser Sekt. Hast du sie dort vergessen? Draußen stehen noch zwei Gläser Sekt. Hast du sie dort vergessen? Draußen stehen noch zwei Gläser Sekt. Hast du sie dort vergessen? In der Spielhalle stehen einige alte Flipperautomaten. In der Spielhalle stehen einige alte Flipperautomaten. In der Spielhalle stehen einige alte Flipperautomaten. Der Wasserbedarf kann durch Essen und Trinken gedeckt werden. Wir können nur etwa drei Tage ohne Flüssigkeit überleben. Je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das Laufen, aber ich möchte es nicht aufgeben. Je öfter wir im Sand joggen, desto besser geht es. Es liegt mir sehr am Herzen, über dieses Thema zu sprechen. Es liegt mir sehr am Herzen, über dieses Thema zu sprechen. Schon als Kind bin ich mit meinem Vater auf dem Traktor gefahren. Schon als Kind bin ich mit meinem Vater auf dem Traktor gefahren. Schon als Kind bin ich mit meinem Vater auf dem Traktor gefahren. Ich liefere Pakete aus und liebe meinen Beruf. Ich steige mit Freude jeden Morgen ins Auto ein. Ich liefere Pakete aus und liebe meinen Beruf. Ich steige mit Freude jeden Morgen ins Auto ein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ich steige mit Freude jeden Morgen. Ich steige mit Freude jeden Morgen ins Auto ein.